Ich zeige euch drei Arten, wie ihr eure Löckchen über Nacht schonen könnt. Möglichkeit 1 brauchen wir so ein Bonnet, aber bevor ihr irgendwas mit euren Haaren macht, sprüht die immer vorher an. Danach benutzen wir so ein Leave-In Conditioner. Das zieht dann über Nacht richtig schön in die Haare ein. Und am nächsten Morgen sehen eure Löckchen mega frisch aus. Ich liebe den Geruch. Dann, wenn ihr das gemacht habt, können die Haare in ein Bonnet. Und dann könnt ihr schlafen gehen. Möglichkeit Nummer 2 ist perfekt, wenn ihr mehr Volumen haben möchtet. Dann machen wir das Ganze nämlich über Kopf. Dann ist natürlich die Frage, warum überhaupt so ein Bonnet? Das Material speichert nämlich Feuchtigkeit und anders als beim Baumwollkissen können eure Haare nicht austrocknen. Wenn die so safe in diesem Bonnet sind, dann kann in der Nacht keine Reibung entstehen. Und das ist natürlich auch positiv für die Gesundheit eurer Locken. Und für Möglichkeit Nummer 3 braucht ihr so ein großes Scrunchie. Und dann werden die in so einen lockeren Dutten gedreht. Achtet darauf, dass eure Enden ausgucken, damit die am nächsten Morgen noch schön sind. Das war's schon. Probiert das unbedingt aus und genießt eure schönen Löckchen am nächsten Morgen.